Hier gibt's Leute, die haben ein echtes Problem mit ihrem Auto, ja? Und die brauchen jetzt ganz gering meine Hilfe. Benni, einmal. Ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten, okay? Der Papa hat im Moment einfach so viel zu arbeiten, du. Da kann er einfach nicht früher kommen. Aber diese Termine, die kosten ganz viel Geld, wenn ich bin. Da kann ich nicht einfach so frei machen. Das reicht mir super, Bär. Benni, ich hab morgen ganz viele Mandanten, weißt du? Das ist ein Mandant, ne?